Herzlich Willkommen zu iPad4Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von iPad4Productivity und nachdem wir uns in der letzten Episode mal angeschaut haben, die neuen iPads, hier einmal meine aktuelle Bewertung zum Thema, welche Apple Watch braucht man, braucht man nicht, soll man upgraden? Ja, ich stelle mir natürlich die Frage auch immer und Sie wissen vielleicht, wenn Sie meinen Posts auch auf Facebook folgen, dass als die Ultra rauskam, ich gesagt habe, das Ding ist ja kotzenhässlich, das finde ich ja überhaupt nicht schön und Sie haben vielleicht auch gesehen, als ich dann hinterher einmal in Dublin im Apple Store war und mir die Uhr angeguckt habe, dass ich zugeben musste, dass sie in live besser ausschaut als auf den Fotos und den Videos der Apple Keynote. Bei dem Urteil bleibe ich auch noch und ich habe mir trotzdem keine geholt. Weshalb nicht? Ja, was sind für mich Kriterien, die für mich spannend wären, eine Ultra zu holen und das ist vielleicht auch für Sie als Zuhörerin, als Zuhörer relevant zu sagen, wann holen Sie sich eine Ultra? Punkt Nummer eins, wir treffen natürlich nie rationale Entscheidungen, also wenn Sie das Ding einfach schön finden, holen Sie sich das Ganze natürlich. Also ich finde in live, wie gesagt, schaut diese Uhr besser aus als gedacht. Ich finde zum Beispiel wahnsinnig schön dieses Ocean Loop. Ein Tipp aber schon vorweg, Sie können die Bänder der Ultra auch an Ihren normalen Apple Watches nutzen. Die haben das gleiche Format. Ich habe mir beispielsweise ein gelbes und ein blaues Ocean Armband geholt und habe das an meine Apple Watch der siebten Generation dran gepackt und ich habe dann dieses gelbe Ziffernblatt mit diesen großen Zahlen, das schaut wirklich sehr schön aus. Ich habe eine dunkelblaue Apple Watch der siebten Generation dann mit dem gelben Armband, den gelben Zahlen, das schaut wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus. Ja, also Kriterium eben Design und wie gesagt, wenn Ihnen die Bänder gut gefallen, dann kann man die entsprechend auch für die normale Watch nehmen. Genauso können Sie an die Ultra natürlich auch andere Apple Watch Bänder dranhängen, wenn Ihnen die besser gefallen. Und das ist naturgemäß immer Geschmackssache. Ein Punkt, der für mich eben relevant war, der aber leider nicht so umgesetzt wurde, war das Thema des größeren Displays. Weil diese Uhr ist ja größer. Sie ist übrigens auch kein Klopper. Also wenn ich jetzt mal gucke, wenn man so eine Rolex Deepsea am Arm hat, also da verschwindet mein Arm. Also das, ich sage mal, mein Vater hat so ein Modell, wo ich sage, nee, die wäre mir zu groß. Die Ultra ist definitiv nicht zu groß. Also ich habe einen relativ zierlichen Arm, also die ist nicht zu groß. Meine Hoffnung war, dass das Display deutlich größer ist. Jetzt hat aber, und Sie sehen das, wenn Sie auf die Apple-Seite gehen, sehen Sie, dass Sie relativ große Rahmenränder drumherum haben. Und das ist wahrscheinlich dieser Robustheitsnummer geschuldet, dass ich dort relativ robust bin. Aber leider ist dieses Display nicht so, dass es bis zum Rand geht, weil dann würde man nochmal deutlich mehr drauf kriegen. Das war für mich damals beispielsweise der Grund, von der fünften Generation auf die siebte Generation zu gehen. Ich lasse ja immer so, oder vierte oder fünfte Generation, ich lasse immer ein, zwei Generationen aus. Und da war für mich relevant, dass der Bildschirm eben randlos bis außen deutlich größer war. Und das bringt auf so eine Apple Watch eine ganze Menge, denn wenn Sie zum Beispiel so eine App wie eine Taschenrechner-App haben, dann kriegt man da deutlich mehr entsprechend drauf. Leider kein großes Argument. Ja, was ein weiteres Argument ist, ist, wenn Sie es brauchen, das Thema der Sirene. Das kriegt man jetzt natürlich nicht auf dem dringend drauf. Was ein Kriterium ist, ist das Thema dieses Funktionsknopfes, der auf der linken Seite ist, dieser Orange. Leider kann man den nicht komplett frei konfigurieren, sondern man ist da doch ein bisschen eingeschränkt. Also für mich jetzt auch nicht so der Wahnsinnsklopper, dass man da nochmal eine zusätzliche Taste mit dabei hat. Also ich fände es auch nicht schlecht, nochmal eine zusätzliche Taste drauf zu haben, dass man bestimmte Funktionalitäten nochmal drauf hat. Kann man aber auch gut über die Komplikationen lösen, ehrlich gesagt, weil mittlerweile gibt es ja auch Watchfaces, wo sie 2, 4, 6, 8 Komplikationen drauf kriegen. Also das geht alles relativ gut. Ja, dann die längere Batterielaufzeit. Natürlich, die Ultra hat nochmal eine längere Batterielaufzeit. Allerdings, ich habe jetzt verschiedene Blogger, YouTuber mir angeschaut und das ist nicht so, dass die irgendwie doppelt, drei- oder vierfach so viel Zeit hat. Sie hat ca. 30% mehr Akkukapazität in der Praxis. Es soll aber nochmal ein Software-Update kommen, wo das nochmal besser sein wird. Die gute Nachricht, wenn Sie eine Apple Watch haben, ich habe jetzt eine der siebten Generation, kam durch das Update die Stromsparfunktion auch auf die älteren Apple Watches. Also das heißt, wenn Sie jetzt eine 7er Apple Watch haben, so wie ich die beispielsweise habe, dann können Sie die Energiesparfunktion auch nutzen. Und dann hält die Apple Watch wirklich, ich sage mal, statt einem Tag, zwei Tage. Also bei mir hält sie etwas über den Tag, anderthalb Tage sowas noch angebaut und dann hält sie wirklich zwei Tage durch. Also das geht auch mit der normalen entsprechend mit dabei. Ja, wenn Sie sagen, Mensch, welche Uhr brauche ich denn? Es gibt hier eben die Apple Watch der Series 8, gibt ab 499 Euro. Es gibt die Apple Watch Ultra ab 999 Euro. Und es gibt auch noch die Apple Watch SE. Und wenn Sie die Apple Watch SE haben, also die gibt es dann mit den 44 Millimeter oder 40. Auch für die Frauen, finde ich, ist die 44er Variante nicht zu groß. Also meine Frau trägt auch die 44 Millimeter. Der größte Nachteil, finde ich, der wirklich relevant ist bei der SE, ist, dass sie eben nicht das große 45 Millimeter Display, sondern das 44 Millimeter Display haben. Und jetzt sagen Sie, der Millimeter reißt sehr raus. Ja, es ist ein deutlicher Unterschied. Also es gibt einige Apps, die wirklich auf der größeren besser ausschauen. Und auch, ich muss sagen, dieses Ziffernblatt, wo diese designten Ziffern so nach außen gehen und wo sie ein Always On mit dabei haben. Also das ist so etwas, wo ich sage, gefällt mir gut. Aber wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte einfach nur eine günstige Uhr haben, auch vielleicht für die Kids noch in der Richtung. Die meisten Funktionen gehen eben auch mit der SE. Also von der Seite her ist das durchaus auch eine Variante, wo Sie sagen, damit kann man gut arbeiten. Es ist immer eh ohnehin ein, ich sage jetzt mal, First World Problem, welchen man entsprechend mit dabei nutzt. Für mich, wie gesagt, relevant ist dieses Thema des kleineren Displays. Das ist für mich nicht so schön. Und was ich bei der SE sehr schön finde allerdings, ist, Sie haben noch die Möglichkeit, eine Alufarbe zu haben, was mir eben sehr, sehr gut gefällt. Also das gefällt mir nochmal ein bisschen besser. Also Sie haben so ein paar Funktionen eben weniger. Relevant ist die Frage eben der Gehäusefarbe. Ist eine Frage, dass Sie sagen, der Größe dabei. Also deswegen, und die SE ist eine sehr gute Uhr, also die Sie gut auch nochmal sich nehmen können. Also da gibt es, wie gesagt, bei eben der Pro gibt es der Hauptunterschied ist, dass Sie sagen, Sie haben eben ein Always-On-Display bei der normalen Watch. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, es so zu konfigurieren, dass Sie die Uhrzeit eben immer sehen. Das hat man eben bei der Apple Watch SE nicht. Sie haben das Thema, dass Sie das EKG nochmal machen können. Das haben Sie bei der SE entsprechend nicht. Was Sie bei beiden haben, ist die neue Unfallerkennung. Also die gibt es auch bei der SE, wo Apple eben das so eigentlich hat, wenn Sie im Auto sind und Sie brauchen Crash, dann wird automatisch ein Notruf ausgelöst. Mobilfunk geht eben auch bei beiden. Und auf der Apple-Seite immer so nochmal die Idee, dass man sagt, okay, wie kann man sie nochmal vergleichen. Also was bei der Ultra beispielsweise nochmal ein Thema ist, dass Sie sagen, Sie haben eben bis zu 2000-Litz-Helligkeit, also Displays heller. Ich muss aber ehrlich sagen, die Helligkeit bei der Series 7 war schon völlig ausreichend. Also das brauchen wir nicht unbedingt. Da steht fast 27% größer Displays-Bereich als bei der Apple Watch SE. Die hat ja noch das 44%ige. Da muss ich sagen, der Unterschied zwischen der Series 7-Series 8 mit 45 mm und zwischen der Ultra ist aus meiner Sicht wirklich nicht unbedingt relevant, weil Sie einen relativ großen Rahmen drumherum haben. Was nochmal ganz spannend ist, ist, wenn Sie Taucher oder Taucherin sind, dann können Sie da bis zu 100 Meter tief, mit den anderen können Sie nur 50 Meter tief. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich bin ja Triathlet, also Freizeit-Triathlet, nicht professionell und bin relativ häufig im Schwimmbecken. Und da finde ich es eben sehr angenehm, dass alle diese Watches können eben über die Fitness-App die Bahnen zählen. Da gibt man einmal ein, bin ich auf einer 25- oder auf einer 50-Meter-Bahn und neulich war ich im Hotel auf einer 12-Meter-Bahn. Dann gibt man die Länge ein und dann zählt er die Bahnen und misst die Entfernung. Und das sehr zuverlässig. Was Sie bei der Ultra noch haben, ist, dass es eben optional noch die Oceanic-App gibt. Also das heißt, dann können Sie das Gerät auch als einen Tauchcomputer nutzen. Und bevor Sie sich dann einen extra Tauchcomputer nochmal kaufen, dann kann sich auch der Preis der Apple Watch Ultra relativieren, weil so ein guter Tauchcomputer kostet ja auch ein bisschen mehr. Ja, für die Damen, Zyklusprotokoll mit rückblickenden Ovulationsschätzungen haben Sie bei der Apple Watch der 8. Generation und bei der Ultra. Aber bei der SE gibt es auch ein Zyklusprotokoll, nur nicht mit den rückblickenden Ovulationsschätzungen. Ja, dann haben Sie eine Sirene, 86 Dezibel bis 180 Meter hörbar auf der Ultra. Da können Sie ein bisschen mehr Gas geben. Das Thema Giro-Sensor und Kompass gibt es aber selbst schon ab der SE. Also das braucht man entsprechend nicht mit dabei. Sie haben bei der Ultra ein noch präziseres GPS. Aber wenn ich wirklich denjenigen folge, die in den USA, in Deutschland, in der Schweiz, dort professionelle Blogger sind und diese Geräte getestet haben, dann ist es ehrlich gesagt in der Realität kein deutlich merkbarer Unterschied. Das GPS der anderen Watches ist auch genauso gut weitestgehend in der Praxis. Mit Mobilfunk kriegen Sie alle Geräte, also vor dem Hintergrund und die Batterie bei der SE und bei der 8 bis zu 18 Stunden. Die Ultra wird angegeben bis zu 36. Das ist aber laut den gängigen Bloggern zu optimistisch. Sie haben nicht eben nochmal so viel, also es wäre ja eben 200% der entsprechenden Kapazität. Nein, Sie haben so 30% mehr, ist nochmal das, was Sie kriegen. Sie haben eine etwas optimiertere Ladefunktion bei der Ultra und bei der Series 8. Also schnelles Laden geht nicht bei der SE, aber bei der Series 8 auch. Also sollten Sie eine 7er haben, so wie ich sie habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, muss man jetzt nicht unbedingt upgraden auf die 8er. Das ist für mich ein Miner-Upgrade in dem Bereich, weil Sie durch die Software-Aktualisierung, was mir sehr, sehr gut gefällt, eben neben neuen Watchfaces, vor allen Dingen die Batteriesparfunktion jetzt auch auf die Uhr bekommen und es bleibt wie immer spannend zu sagen, wie die Entwicklung weitergeht. Ja, wenn Sie noch ergänzende Kommentare dazu haben, gerne in den Shownotes haben Sie immer meine Kommentare und meine Kontaktinformationen und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Produktiver mit iPad, iPhone und auch der Apple Watch. Ihr Thorsten Jäkel Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jäkel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Das war eine weitere Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.